Schimpansen sind wirklich unsere nahen Cousins, denn sie wenden äußerst gerne Gewalt an sowohl gegen kleine Primaten, die auf ihrem Menü stehen, als auch wie Biologen in den letzten Jahren vereinzelt feststellten gegen Gruppen von Gorillas. Große Gruppen von Schimpansen wurden gesichtet, wie sie wesentlich kleinere Gorilla-Gruppen angriffen, wobei die Ursache bzw. Motivation hinter den Angriffen nicht vollständig geklärt ist. Dabei wurden mehrere von der Gruppe getrennte Gorilla-Babys getötet und teils gegessen, einige der Schimpansen haben allerdings trotz ihrer starken Überzahl Verletzungen davongetragen. Außerdem gibt es viele Geschichten von Schimpansen, die Menschen brutal angegriffen und teils getötet haben. Unter anderem hat ein verrücktes Ehepaar einen Schimpansen wie ihren eigenen Sohn aufgezogen, der nach 13 Jahren komplett den Verstand verloren hat, eine langjährige Freundin angegriffen und ihr Gesicht gegessen hat. Lecker, lecker.